4% Dividende. So viel gab es im letzten Jahr für Mitglieder einer Genossenschaftsbank. Da stellt sich doch die Frage, lohnt es sich, Genossenschaftsanteile als Geldanlage zu betreiben? Lohnt es sich, wegen der Dividende Genosse oder Genossin zu werden? Und wie geht das überhaupt? Das klären wir heute in diesem Video. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wenn ihr jetzt nur schnöder Kunde bei Volksbank & Co. seid, dann gibt es natürlich noch keine Dividenden. Dafür müsst ihr schon Mitglied bei der Bank werden. In diesem Video gehen wir vier Sachen durch. Erstens, was ist eine Genossenschaft überhaupt? Zweitens, wie funktioniert eine Genossenschaftsbank? Drittens, was unterscheidet Genossenschaftsanteile von Aktien? Und schließlich die Gretchenfrage, lohnen sich solche Genossenschaftsanteile als Geldanlage? 4% Dividende, da kann man schon schwach werden. Aber zum Schluss des Videos sage ich euch, wo der Haken eigentlich dabei ist. Ob eure Bank eine Genossenschaftsbank ist, erkennt ihr im Namen an dem kleinen Kürzel EG. Das bedeutet nämlich eingetragene Genossenschaft. Die bekanntesten Genossenschaftsbanken sind natürlich die Volks- und Reifeisenbanken, die PSD-Banken und die Sparda. Diese Genossenschaftsbanken sind dem Genossenschaftsgedanken verpflichtet, das heißt genossenschaftlichen Werten. Was das wiederum für euer Geld bedeutet, darauf kommen wir gleich noch. Eine Genossenschaft, das ist eine Art Selbsthilfeprojekt. Also die alte Plattitüde, gemeinsam sind wir stark in Reinform. Das klassische Beispiel dazu wäre eine Fahrgemeinschaft. Stellt euch vor, ihr wohnt auf dem Land und müsst jeden Tag zur Arbeit in die Stadt. Und dann gibt es noch drei Kollegen, die aus der gleichen Richtung kommen. Und dann tut ihr euch zusammen und macht eben eine Fahrgemeinschaft und spart euch so Kosten und Aufwand. Da steckt schon jede Menge vom Genossenschaftsgedanken drin. Denn ihr habt alle das gleiche Problem, nämlich Spritkosten sparen. Das gleiche Ziel, in die Arbeit kommen und dann Selbstorganisation. Ihr wechselt euch beim Fahren ab. Und das bedeutet nichts anderes als gegenseitige Selbsthilfe und das ist dann eben genossenschaftlich. Jetzt ist die nächste Frage. Wie landet eigentlich dieser Genossenschaftsgedanke bei euch im Geldbeutel? Also wie funktioniert eigentlich so eine Genossenschaftsbank? An der Oberfläche unterscheidet die sich jetzt nicht groß von einer privaten Geschäftsbank, wie zum Beispiel der Commerzbank oder der Santander. Beide sind erstmal gewinnorientiert. Das heißt auch eine Genossenschaftsbank vergibt natürlich zum Beispiel Kredite, unterhält Kundenkonten und so weiter. Der kleine, aber feine Unterschied zu einer Privatbank ist jetzt, dass eine Genossenschaftsbank aber nicht den eigenen Gewinn einfach maximieren will, sondern dass sie vor allen Dingen am wirtschaftlichen Weiterkommen ihrer Mitglieder interessiert ist. Und das ist auch in der Satzung so festgehalten. Das heißt, anstatt einfach den eigenen Profit zu maximieren, möchte sie das Geld ihrer Mitglieder auf die eine oder andere Weise vermehren. Wenn ihr also von den Gewinnen einer Genossenschaftsbank profitieren wollt, müsst ihr erstmal Mitglied werden, also einen Beitritt zu einer regionalen Genossenschaftsbank erklären. Das ist aber an Voraussetzungen geknüpft und zwar folgende. Erstens müsst ihr Kunde bei der entsprechenden Bank sein, das heißt mindestens ein Girokonto zum Beispiel da haben oder einen Kredit am Laufen haben. Zweitens, ihr müsst im Einzugsgebiet einer solchen regionalen Genossenschaftsbank leben. Diese Genossenschaftsbanken, die sind eben regional organisiert, wobei das heute nicht mehr so die große Rolle spielt. Es gibt auch manche Genossenschaftsbanken, die akzeptieren auch Mitglieder aus entfernten Bundesländern, sag ich mal. Zum Beispiel die Volksbank Berlin. Wie viel Sinn das jetzt macht, bei einer weiter entfernten Genossenschaftsbank Mitglied zu werden, das sei ich jetzt mal dahingestellt. Und drittens, ganz wichtig, ihr müsst Genossenschaftsanteile kaufen oder im Fachjargon Anteile zeichnen. Wie viele Anteile ihr mindestens zeichnen müsst und wie teuer ein einzelner Anteil ist, das ist von Bank zu Bank, von Genossenschaftsbank zu Bank wirklich total unterschiedlich. Und wenn ihr dann solche Anteile habt, erst dann kommt ihr in den Genuss der Dividenden, also der Ausschüttungen an die Mitglieder. Hm, Anteile kaufen, Teilhaber werden, vom Gewinn profitieren, das hört sich alles ziemlich nach Aktien an. Denn auch wenn ich Aktionär werde, dann profitiere ich ja vom Gewinn des Unternehmens und bin zu einem kleinen Teil Unternehmenseigner. So, jetzt aber Vorsicht. Man kann Aktien nicht so einfach mit Genossenschaftsanteilen vergleichen. Wir erklären mal warum. Durch den Erwerb von Aktien haben Aktionäre ein Mitspracherecht im Unternehmen. Und dabei gilt, je mehr Anteile, je mehr Aktien jemand hält, desto größer ist sein Mitspracherecht. Bei Genossenschaftsanteilen ist das anders. Da gilt, je Mitglied gibt es nur eine Stimme. Das heißt, es ist egal, wie viel Genossenschaftsanteil ihr habt, ihr habt immer nur eine Stimme. Außerdem werden Aktien natürlich an der Börse gehandelt oder im Direkthandel. Dadurch schwankt ihr Kurs und es kann zu Kursgewinnen kommen, die ihr ja, qua ETF am besten, ausnutzen sollt. Genossenschaftsanteile dagegen werden nicht im freien Handel gehandelt, nicht an einer Börse oder sowas. Und deshalb gibt es auch keinen Kurs. Das heißt, da sind keine Kursgewinne möglich, aber umgekehrt ist das natürlich auch ein Vorteil, es sind auch keine wirklichen Kursverluste möglich. Dadurch sind Genossenschaftsanteile erheblich weniger risikobehaftet als Aktien. Aber nicht komplett risikolos. Dazu kommen wir gleich noch. Jetzt haben vielleicht ein paar Kenner unter euch die Stirn gerunzelt. Denn tatsächlich gibt es in Deutschland eine Handvoll Genossenschaftsbanken, die als Aktiengesellschaft firmieren und deren Anteile also auch gehandelt werden. Zum Beispiel die DZ Bank. Da ist es aber so, dass die Anteile in aller Regel nicht an der Börse gehandelt werden, sondern die behalten die Banken jeweils selbst in der Hand und handeln sie auch selbst und setzen damit zum Teil auch den Preis selbst fest. Und deshalb wieder kein Vergleich zu börsengehandelten Aktien. Dieser letzte Unterschied zwischen Aktien und Genossenschaftsanteilen ist der gravierendste. Denn da wird bei den Genossenschaftsanteilen aus dem Spruch gemeinsam sind wir stark ein mitgehangen, mitgefangen. Denn als Mitteilhaber an einer Genossenschaftsbank müsst ihr auch im Fall einer Pleite haften. Bei Aktien ist das ja anders. Wenn ihr Aktien an einem Unternehmen habt und das Unternehmen geht pleite, dann werden eure Aktien im schlimmsten Fall komplett wertlos. Aber es ist ja nicht so, dass ihr dann noch irgendwie Geld nachschießen müsst. Das ist natürlich auch ein Grund, warum wir keine Einzelaktien bei Finanztip empfehlen, sondern dass ihr das eben breit streuen sollt über ETFs. Und der Fall, dass ein ETF pleite geht, sofern das überhaupt möglich ist, den haben wir in diesem Video mal beschrieben. Sollte aber einmal eine Genossenschaftsbank tatsächlich pleite gehen und ihr seid da Mitglied dabei und die Insolvenzmasse dieser Genossenschaftsbank reicht nicht aus, um die ganzen Gläubiger zu befriedigen, dann kann es tatsächlich sein, dass ihr als Mitglied Geld nachschießen müsst. Deswegen heißt das Ganze dann auch Nachschusspflicht. Ganz so problematisch, wie das jetzt vielleicht klingt, ist diese Nachschusspflicht aber nicht. Erstens ist noch nie eine Genossenschaftsbank pleite gegangen. Zweitens gibt es da auch noch einen Sicherungsfonds für den Fall einer solchen Pleite. Und drittens wird die Nachschusspflicht bis 2022 komplett abgeschafft. Und schon jetzt ist es so, dass einige Genossenschaftsbanken die Nachschusspflicht begrenzt haben oder sogar von sich aus darauf verzichten. Wo es übrigens keine Unterschiede gibt, ist die Steuer. Auf die Dividenden aus Genossenschaftsanteilen müsst ihr genauso Kapitalertragssteuer, also Abgeltungssteuer bezahlen, wie auf Dividenden von Aktien. Also 25% plus Soli plus gegebenenfalls Kirchensteuer. So, jetzt wisst ihr, wie eine Genossenschaftsbank funktioniert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich das? Lohnt es sich, da Anteile zu kaufen? Lohnt sich die Dividende beziehungsweise wie viel springt da raus? Schauen wir uns das mal an. Wir haben uns drei vermeintliche Vorteile von Genossenschaftsbanken angeschaut und gecheckt, ob da nicht ein Haken dabei ist. Der erste Vorteil, um Genossenschaftsanteile zeichnen zu können, müsst ihr ja eben auch Kunde bei der jeweiligen Bank sein. Da spricht jetzt erstmal nichts dagegen. Gemeinsam dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Aber dieses Kunde sein, das muss sich natürlich auch lohnen. Und da sieht man durchaus, dass es diverse private Geschäftsbanken, vor allen Dingen Direktbanken gibt, die haben günstigere Angebote. Die haben zum Beispiel geringere Gebühren auf ihr Girokonto. Und ob es sich jetzt lohnt, bei einer Genossenschaftsbank, also einer Filialbank in aller Regel, Kunde zu sein, oder bei einer Direktbank, dazu haben wir folgendes Video schon mal gemacht. Und ziemlich wahrscheinlich genau deshalb locken die Genossenschaftsbanken ihre Mitglieder auch mit Bonusprogrammen. Das heißt, da gibt es dann zum Beispiel Rabatte auf die hauseigene Versicherung oder sowas in Richtung. Ob sich das lohnt, das müsst ihr euch leider im Detail gut anschauen und dabei, wie immer, das Kleingedruckte leider nicht vergessen. Punkt 2, das Mitspracherecht. Genossenschaftsbanken sind demokratisch ausgerichtet. Das heißt, wie gesagt, jedes Mitglied hat genau eine Stimme. Egal wie viele Genossenschaftsanteile das jeweilige Mitglied hält. Und dieses Mitspracherecht sollte man natürlich dann auch ausüben. Aber wenn die Genossenschaftsbank hinreichend groß ist, dann wird das ganz schön schwierig bei vielen Mitgliedern. Und dann ist es eher so, dass ihr einen Vertreter wählt. Also quasi eine Art kleines Parlament. Das heißt, die Bank sucht geeignete Personen als Vertreter raus und stellt sie euch zur Wahl. Ein Problem ist dabei meistens, dass die Wahlbeteiligung sehr gering ist. Die wenigsten Genossinnen und Genossen üben ihr Stimmrecht wirklich aus. Und deshalb natürlich der Tipp, wenn ihr wirklich Mitglied bei einer Genossenschaftsbank werdet, dann verzichtet nicht auf euer Stimmrecht, sondern geht zur Wahl. Denn euer Vertreter soll ja eure Interessen beim Vorstand der Bank wirklich vertreten. Und dafür müsst ihr nur so alle vier bis fünf Jahre aktiv werden. Das ist so der übliche Turnus, in dem Wahlen stattfinden. Thema 3, die Dividenden. Vorhin habe ich schon was erzählt von 4% Dividende. Die gab es im Jahr 2019 für das Geschäftsjahr 2018, für die Genossinnen und Genossen, im Durchschnitt. Und das war aber in den vergangenen Jahren durchaus schon mal mehr. Da gab es durchaus auch mal 5 oder 6%. Das klingt vielleicht schon eher nach Musik in euren Ohren. Und außerdem natürlich im Durchschnitt. Das heißt, diese Dividende unterscheidet sich von Bank zu Bank. Bei der einen Bank sind es vielleicht auch mal 6%, bei der anderen 2%. Und das ist nicht so leicht vorherzusehen. Und dann ist natürlich die Frage, ob in Zeiten von Corona überhaupt Dividenden ausgeschüttet werden. Genau wie bei Aktien. Die Finanzaufsicht BaFin hat den Genossenschaftsbanken davon abgeraten. Aber manche Genossenschaftsbanken tun es trotzdem. Zum Beispiel hat die Volksbank Mittelhessen gerade 5% Dividende an ihre 200.000 Mitglieder ausgeschüttet. Das waren rund 3,7 Millionen Euro. Wenn ihr euch das näher interessiert, haben wir euch zu unten in der Beschreibung einen Link gepackt. Jetzt sagt ihr vielleicht, na gut, selbst wenn da nur 2% Dividenden rausspringen, das ist immer noch viel mehr als auf mein schlecht verzinstes Tagesgeldkonto. Wieso kaufen wir dann nicht alle haufenweise Genossenschaftsanteile? Naja, zum einen sind Dividenden natürlich keine Zinsen. Das ist das alte Lied und dazu haben wir natürlich schon ein eigenes Video gemacht. Und zum anderen, und das ist jetzt ziemlich wichtig, ist die Anzahl der Genossenschaftsanteile pro Mitglied begrenzt. Zum Beispiel maximal 10 oder 20 Anteile. Oder begrenzt auf eine bestimmte Summe. In der Regel ein paar tausend Euro. Und das heißt natürlich, von wirklich haufenweise kann gar nicht die Rede sein. In unserem Forum, dem Forum vom Finanztipp, wird auch immer fleißig diskutiert, ob es jetzt sinnvoll ist, Genossenschaftsanteile zu zeichnen oder nicht, also da Mitglied zu werden. Das ist durchaus eine berechtigte Frage. Immerhin gibt es in Deutschland, Achtung, 18,6 Millionen Mitglieder bei einer Genossenschaftsbank. Aber nur weil viele andere das machen, muss das noch keine gute Idee sein. Das ist so ein bisschen wieder das Thema Herdentrieb. Das abschreckte Beispiel dazu wäre, nur weil sehr viele Deutsche immer noch kapitalbildende Lebens- und Rentenversicherungen kaufen, macht das diese Produkte noch nicht attraktiv. Also was jetzt? Sind jetzt Genossenschaftsanteile eine gute Geldanlage oder nicht? Meine Kollegen aus der Expertenredaktion von Finanztipp sagen ganz klar, ja, denn die Vorteile von Genossenschaftsanteilen liegen auf der Hand. Erstens könnt ihr auch in der Krise damit rechnen, dass ihr durchaus noch Dividenden bekommt, zumindest in den meisten Fällen. Zweitens ist in 70 Jahren noch nie eine Genossenschaftsbank pleite gegangen. Drittens gibt es eben keinen Handel für die Genossenschaftsanteile und damit auch keine Kursverluste. Er ist also ein Stück weit risikofrei. Und viertens, mit dem Mitspracherecht könnt ihr Einfluss ausüben und deshalb solltet ihr es auch wahrnehmen. Wenn ihr eh schon Kunde bei einer Genossenschaftsbank seid, dann solltet ihr euch das Zeichnen von Genossenschaftsanteilen unbedingt zumindest mal anschauen. Und trotzdem werdet ihr keinen wirklich echten Vermögensaufbau über Genossenschaftsanteile betreiben können. Warum? Weil die Summe oder die Anzahl der Anteile eben nach oben hin begrenzt ist. Da geht einfach nicht so viel. Und deshalb werdet ihr, wahrscheinlich langfristig zumindest, auch andere Geldanlagen betreiben müssen. Für den sicheren Anteil kommt dann als Alternative natürlich Festgeld in Frage. Und der wirklich größere Anteil langfristig, das kennt ihr jetzt schon wahrscheinlich von mir, den treibt ihr natürlich über Aktien-ETFs. Langfristiges Sparen in Aktien. Breit gestreut, weltweit gestreut. Wahrscheinlich habt ihr noch eine ganz andere Frage. Nämlich, komme ich da eigentlich wieder raus? Was ist eigentlich, wenn ich mein Geld brauche? Kriege ich das irgendwie wieder zurück? Da habe ich eine gute Nachricht für euch. Ja, das geht. Ihr könnt einfach kündigen, eure Anteile zurückgeben und bekommt dann euer Geld wieder. Aber Achtung, das geht nicht jederzeit, sondern in aller Regel nur einmal im Jahr, nämlich nach der jährlichen Mitgliederversammlung, die meistens im Herbst stattfindet. Wie die genauen Kündigungsfristen je Bank sind, das müsst ihr leider bei der jeweiligen Bank sozusagen im Kleingedruckten nachschauen. Weil die ganzen Genossenschaftsbanken ebenso regional organisiert sind, würde mich mal interessieren, seid ihr Genossin oder Genosse? Und zwar wo? Und wie viel Dividende habt ihr so die letzten Jahre bekommen? Schreibt uns das doch mal unten in die YouTube-Kommentare. Und außerdem natürlich eure Meinung, ob sich das Ganze eigentlich lohnt oder nicht. Außerdem könnt ihr natürlich dort alle Fragen dazu stellen und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Like da. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.